Ah, ich habe vergessen die Aufzeichnung zu starten. Nicht doof! So, ok. Kommen wir jetzt auf die Fresse? Bin drin? Bin ich voll für. Los, Usola! Warte, Usola hier rechts? Ja, wir sind alle gelb. Wir werden alle gelb angezeigt. Für mich kriege ich ja. Du bist bei mir türkis. Ey, wie kann ich das einstellen? Das habe ich auch noch nicht. Ich will dich auch in einer anderen Farbe haben. Kann man das einstellen? Wo geht das? Menü? Spielerliste? Ne. Warte mal auf Option. Äh, Escape? Oder was? Ja, Escape, Option. Äh, ja. Dann bei Spiel machst du alles auf an. Spiel? Ähm, das wo? Alles auf an. Achso, also, ja, ok. So, ok, bestätigen. Und jetzt? Ah, nice, Alter. Du bist bei mir jetzt auch türkis. Nice, danke. Schön, dass du das mal gemacht hast. Wieso? Wie bitte? Du hast auch gemacht. Null. Mach das mal, damit kannst du echt unterscheiden. Das ist geil. Wiest du, wer wo ist? Was denn? Mach mal Escape. So. Ja. Hast du? Nächste auf Option. Ja. Der Spiel machst du alles auf an. Ey, sag schon, sollen wir direkt versuchen... Ah, ne, warte mal. Oh, ne, eigentlich... Dann bestätigen und... Ah, wir müssen eigentlich da und da dann deffen, ne? Ja. Deswegen geh ich jetzt erstmal in die Mitte. Ich baue mich in der Mitte aus. Ja, ich geh die rechte Seite an versuchen zu derffen. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Durchbruch, Taktik zu nutzen. Nicht schlecht, du Räschlinger. Von der Jägen. Ingenieur ist bereit. Die Verlorung halten den Fahrzeug im Einsatz. Bereit zum Erwägen eines Kommandophons. Bereit zum Aufhören! Fahr! Los! Los! Ah, Usu kann das mit dem Ressourcen bauen, ne? Du kannst das nicht als Brite, oder? Ja, ich kann das auch. Ah, korrekt. Ja, ich darf das hier nicht. Voll assi. Warum nicht? Ein bisschen OP. Aber nur so ein bisschen. Ah, cool. Ich baue hier direkt mein letzter Rett hin. Sagst du, ob irgendwas ist, ne? Bau das mal bitte hier hin, warte. Hier so. Nein? Ja, okay. Okay. Ja, das rücken die so krass vor. Du musst deine Brücke safen. Sonst machen die meinen Pack. Ach, nein, ich meine Sascha. Weil sonst machen die meinen Pack. Ey, was ist denn bei dir so viel da los, Alter? Ja. Ja, Mann, schießt ihn in den Kopf. Da rennen die, Alter. Da rennen die. Ja, das ist unser Schuss. Ja, ich bin sehr froh. Ja, ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. So, schick mal Einheiten an die Front. Bin dabei. Hey, USA meine ich. Ach, ja. Gehlt hier vorne. Ich hab keine. Ganz normale Truppen, irgendwas. Volksgrenadier oder so, wie die auch immer heißen. Das muss ich gerade machen. Warte. Weißt du, dass du einen Mörser oder Infanterie geschützt? Oder so ein Scheiß? Das hab ich nicht. Aber ich bin gerade schon was am Baum. Ah, 50.000 ist okay. Die Kettenfahrzeuge sind auf die Blattfeld reingekommen. Erstmal vorbei an einem Staffeldrauch. Ja, Scanner ist auch schonmal da. So, ich habe das Haus gesetzt hier. Bitte? Ja, warte. Ja, Uso, und hier kannst du eine Einheit hinschicken zum Heile. Das ist ein Pedersaal-Lazarett. Da habe ich gerade Haus besetzt. Ja, da kannst du deine Leute dann heilen, wenn wir... Hier brauchst du zum Panzer reparieren hin? Hier vorne, Peter, zieh die mal ab. Was? Was war's denn da? Achso, ja, okay. Das Buschcamper-Noobs oder so. Oh ja, da kommen sie. Scanner deckt auf. Ich muss kurz einen Test-Dop an. Okay. Oh, 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 oh. Jupp, ich sehe's schon. Oh, 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 oh. Ach, jetzt werden mir auch deine EPs angezeigt, die du mit deinen Einheiten bekommst. Ja. Ja, cool. Ah, wir brauchen einen Sprit, Alter. Uso, fahr mal mit deiner Karre drüber. An der Seite ohne. Ja, nice. Nicht so weit vorne, nicht so weit vorne. Ey, 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 Uso! Und tschüss. Der Beute nicht zurück. Ja, du musst ihn vorsichtig nach vorne steuern. Ja. So verlierst du sie. Nicht so weit vorschicke. Okay. Ja, mein. Pack schießt zurück. Ach, du hast auch schon? Ja, aber ich mach mit meiner Pack barisch nix gegen Infanterie. Das kann ich knickel. Klappen mit 100 Schuss treffe ich vielleicht mal eine. Der Pack ist nur gegen Fahrzeuge. Der Pack ist nur gegen Fahrzeuge. Dass ich noch hier, äh, die hab. Zweite Pack-Version. Die sind sogar schon wieder dran, eins. Die Klappen mit BDF. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man, die haben da überall schon ihre Panzer stehen. Nicht cool. Also ich glaube, guck mal mal, dass wir hier ein bisschen vorrücken waren. Jawohl, wer hat erledigt? Fahra, bring uns dort in schnell! Okay, niederstehen schon, oder? Mhm. Stück für Stück mal gucken, weil hier irgendwo war doch was. Na? Überlassen die uns hier das, oder was? Fahra, weiter vorne! Benach, überwacht eure Zonen! Alter, ist er! Ich wusste doch, irgendwo kommt der! Oh, Achtung, ich brauch dich hier! Panzer! Oh, ja, ich komme! Ich komme, ich komme, ich komme! Okay, ich würde nicht sagen, weil da stehen doch Paxe alles! Achtung, Artillerie schlagt hier! Einheit abziehen! Bewege! 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 Hä? Wo bleibt denn der Schlag? Ja? Kommt nix! Bewege! Keine Ahnung! Wir sind auf jeden Fall markiert! Womit? Sieh doch, das rote, rote Kreisding! Ja, deswegen! Keine Ahnung! Ja gut, er hat keine Einheiten wahrscheinlich drin, um irgendwas zu sehen! Man kann ja nicht schießen, wenn er keine Einheiten drin hat! Achso! Oh, hier! Ähm, pack! Da oben, ihr werdet weggemerzt, da oben! Ja, das ist, ähm, Urso alleine da oben! Ähm, ähm, ähm! Oh, 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 ich hab jetzt kommt der Schlag! Ja? Da kannst du Ressourcen abern, du, Peter! Hier! Ja, warte mal, ich bin grad am, ähm, vordringen! Die Brücke muss wieder gedefft, Urso! Naja, ich bin unterwegs! Ihr kommt ein wenig, der ist nach vorne weg! Hier sind wir hier vierte! Auf euch, die bow your kids! Bitte warte, wir sagen, ihr Küsten! Zurück, clean! Grüße, Peter! Der ganze Pugs kann schon abziehen! Jo! Ich weiß, was ist ja immer da jetzt da! Musa, du verlierst der Panzer gerade vorne Du bist weg Ja, die ist schon weg Der Deiner ist weg Ja, die sind weg Jörg Eine Gefühlsbedienung wurde eliminiert Beherrreißbach, Söderfängler Raus zurück, ein Blut Eine Gefühlsbedienung wurde eliminiert Jagdpunkser, OB, Mann Hehehe Ich bin mal wieder frei und gammel mal hier Oh ja Mach einfach mal mal stationär bei Deini Willst du vorrecken? Ich kann nicht vor euch, ich bin stationär Wer ist das denn hier? Du bist doch der türkise Ne, warte, dann schick ich meinen Panzer mich auch vor Ne, der soll sterben, mein Puck Ach so Dann zieh ich mich zurück Weg Ich ernte hier wieder alles ab, Mann Warte Da mal klein, mal klein die Stellung, glaub ich, noch muss er reißen, Peter Langsam Zeit für's vorzudringen Ja Kann mal jemand das bitte zerstöre, hier in meiner Station Wär sehr cool Ja, warte, bin dabei Ja Ja Warte, wo willst du zuerst sein, eben hier die Insel? Oder willst du hier unten? Wo willst du zuerst hin? Ja, ne? Ja Da ich wieder ohne rumgehe Na echt, weil ich war im Übrigen hier oben, weil hier Sprit ist Ja, oder das, ja Das ist halt Uso weiter mit vorrücker Weil ich kann nämlich weiter def Ja, dann rutsch ich jetzt halt auch etwas vor Uso, schieß mal mit deinem Panzer oder mit drauf Hey, ich geh jetzt hier gerade zum, zum Streib-, äh, äh, Treibstoffding Ja, aber hier steht ein Panzer von dir, der, der, der könnte das regeln, der da Geht das schneller Jupp, danke Peter Jupp Ja Dann gucken wir mal, ob Uso das da hinkriegt Ich sag, der Panzer geht sterben Der geht nämlich schon voll viel, äh, zu weit rein Da war noch eben noch oben, Panzer, wo ist denn? Okay, Uso dringt dann davon hin Okay, Uso dringt dann davon hin Wir haben gerade ein bisschen Platz im Auerpeter Hast du froh, ja? Äh, ja Ich fahr jetzt ein bisschen wegfahre Da brauche ich das große Geschütz hier Börter nach vorne Wir müssen handeln Wir stehen unter effektiver Beschluss Guter Treffer Uso, du bitte auch Deine Panzer bissl wegfahre Ich geh mal dir hier helfen Zum Einnehmen der Station Guter Treffer Guter Treffer Zuletzt Näht Guter Treffer Drei Guter Treffer Guter Treffer Guter Treffer Guter Treffer LOL Tatsächlich Ich schick da schon mal Pionieren mit, Peter, ne? Jupp Oh, ich muss das zurück volllassen, die haben da grad nen Pack Fuck Kannst du den eins schonmal was reparieren? Geht das? Jupp, jupp, jupp Den da, merkst du Oh, zurückziehen, zurückziehen, der hat hier sein Ding auf uns gesetzt Das schon Jupp, 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 rennt schon Das passe dem dann doch nicht, dass er so weit schon verrückt Schaut nicht Da hat der gesagt, ne Äh Der eine wird schon mal repariert Oh, der eine Panzer von Usa hat nen Motorschaden Oh ja Oh, und Usa hat hier oben die Brücke verloren zu Da können die jetzt super rüberkommen Nein, können sie nicht Warum? Darum Weil ich das weiß Ey, und warum haben wir dann hier das Munitionslager verloren? Siehste? Da kommen sie nämlich von hinten jetzt Wer hat Fußvolk und kann da mal klatschen gehen? Ich bin doch schon unterwegs Merkweg Oh Sascha, versuchen wir wieder den Punkt hier einzunehmen Ich geh mal mit einem Pionierner drüber rüber zu Usa Zum Rappen Jagdpanzer schon auf zwei, ne Du sagst, wenn du unten Hilfe brauchst, Peter, ne? Ja Ich fahrt oben bei Usa ein bisschen Bei Pionier drüber hab ich mit losgeschickt Äh, mit reingeschickt, so Ah, ihr gebt schon Action Juh, ein Panzer weniger Ey, hier ist auch ne Brücke seh ich gerade, ne? Kann man auch dann drüber pushen Ja Juh Juh, Panzer ist repariert Usa Kann sie wieder fahren Oh, 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 oh Muss ich auch passen, in dem ist Pack eingenommen Oh, ich muss mich zurückziehen, wegen dem Pack Meine Panzer müssen zurück Meine Panzer müssen zurück Ey, jetzt könnte ich mich im Arsch lecken Oh, oh Oben bei Usa ist markiert Ja, ist egal Da ist nichts Wenn Sascha das immer gemacht hat, dann gab's dann riesen Feuerwerk Das weiß ich doch So, Papas Liebling ist da Mach mal hier in der Mitte Platz Shit Guck mal, ganz grad süß fällt der da dran vorbei Jaja, ich zieh Lass nicht mein Panzer fahren Könnte mal einer mein Panzer hier reparieren Ja 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 Flammenwirf auf meinen König Alter, wollen ich mich verarschen? Schau Wisse, das darf ich schon nie machen Wenn der Peter sich zurückziehen muss, macht's schon Stau Ich muss immer so Lücke lassen, dass er sich zurückziehen kann. So? Ja passt, sehr gut. Ich hab dir erstmal voll eingenebelt, alter. Wie ist dir das? Nebelwand OP. Na Junge, hier ist die Hand, du Wichser. Oh so, jetzt kannst du nochmal deinen Spaß haben. Ich muss mich reparieren gehen. Oh lol, Veteran Level 1 Dreck mal. Jo ist fertig Peter. Jo. Ja ich warte grad bis Ozu da. Wer sich rüsselt. Gehen wir einfach mal nach unten. Ich muss mal zurückziehen, die machen gerade Artilleriebeschuss. So, jetzt ist es wieder weg, okay. Kann wieder vordringen. Stellen wir uns jetzt da in die Brücke. Und komm, Sascha. Gehen wir hier unten den Punkt wieder einnehmen. Oh boy. Oh oh oh. Sascha. Paslicht der Bunker. Ja ich kümmere mich grad schon drum. Bunker weg. Ich kann schon merken, die sehen bei mir so aus, die Leute da. Ja. Mit der Krone. Die Reparateure. Ja, ich sag mal guten Tag. Ja. Der Tiger hat schon 34 aufm gewissen Alter. Hahaha. Lol, Kills Statistik 35. Hahaha. Dem passt das nicht, denn ich hier stehe. Ich merk das schon. Der eine hat gerade kassiert. Alter. Was? 51. Hahaha. Und hat erst 1 Veteran schnell, weißt du. Der Jagdteak hat 5 gemacht, dann hat er schon 2. Leut Panther 29, auch nur 1. Du musst die Panzer einzeln steuern, die darfst du nicht alle nehmen auf einmal. Warum? Weil dann blockieren die sich. Ja die blockieren sich erstens mal und du kannst nicht optimal spielen. Also auch die Skills nicht dann, je nachdem benutzen. Und dann auch die Skills nicht dann, je nachdem benutzen. Versuchst du bereit! Versuchst du bereit! Versuchst du bereit! Versuchst du den Centauren nach, Peter damit ihr ihn von der Riede nicht zenervt. Ey jojo. Ich hole gerade auch noch einen Panzer nach. Ah, Uso kommt da irgendwie nicht weiter, wa? Klappt noch nicht, wa? Na egal, gleich haben sie einen Gegner weniger. Ja, das Problem ist, die kommen hier mit ganz vielen Panzern immer bei mir an. Kein Problem, der erste ist jetzt gleich raus. Ich lass dann hier beim Panzer stehen, Sascha, ne? Ja, ich lass mal Flak anstehen. Ey, Panzer muss ich mal, aber gäbe es im Devin. Ja, ja, ich lass, wie gesagt, einen lass ich dann noch hier. Ich lass den einfach neben deinen dann. Beziehungsweise ich lass die anderen beiden Panzer hier vorne mal an der Brücke stehen. Guck mal, da ich mit meinem Königstiger gleich hier vorpusche. Also es bleiben erst mal drei hier. Einer direkt neben deinen. Und halt zwei an der Brücke und der Königstiger. Guck ich mal, wo ich den jetzt hinbring. Oh, jetzt hat der Power. Dieser Skill, man. Voll krass, für paar Sekunden aber übelst effektiv. Das ist ja, meinst du, wir kriegen den Punkt hier noch eingenommen? Ja, ja, ich nehm gerade den anderen vorne da noch mal an. Jep. So, ich repariere den gleich, kleinen Moment. Ja, ja, ich pushe schon mal ein bisschen vor. Ah, da kommt auch schon was. Und sagt mir guten Tag. Und haut schon ab. Also, Usu, gleich hast du da oben Ruhe. Gleich sind die Gitsfunk zu mir zu kommen. Ich habe schon Ruhe. Ja, siehste, dann reicht das ja schon, weil ich pushe wie so blöder gerade. Das ist ja, ich brauche den Pionier. Ich komme zurück. Der hat mir gerade gut gegeben. Boah, der gibt mir immer noch gut. Ey, wieso dreht der Panzer sich? Bewego! Setz das Ding in Bewegung! Was ist, ey? Boah, Sherman Firefly, okay. Hat mit Raketen nach dir geschossen, ey. Mhm. Und tschüss. Was ist der Panzer so, ready? Jup, merci. So. 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 Oh, Sascha, scheiße. Du hast nichts zum Reparieren hier, ne? Jo, unten. Ey, meine Pionier sind festgenagelt dahinter. Ja, ja, ich komme zurück schon mit dem Panzer. Ja, ja, ich komme zurück schon mit dem Panzer. Wir fahren gerade eine Kreisränder, kann ich eine einnehmen. Ja, ja. Oh, ich greife gerade hier eine Base an. Aber wir versuchen den hier unten auch gerade tot zu halten, damit er sich nicht reparieren kann, weil die reparieren sich sonst immer. Ach so. Deswegen lassen wir nämlich unsere Panzer hier stehen. Hier unten. Weil wenn wir die Ressourcen haben, wie jetzt, da kommen schon wieder welche, um wir wieder reparieren und aufbauen. Hier siehst du sie. Da. Deswegen, wenn du sie platt hast, musst du auch immer was da stehen lassen. Weil sonst reparieren die sich. Oh, ich muss noch auf den Tiger wagen. Der Tiger. Der Ose, den kannst du auch gleich wieder mitnehmen. Hä? Welchen? Gepinkt. Ah, den da. Warum? Die sind doch alle voll hier. Ich mein, den kannst du noch mitnehmen, den hab ich repariert. Guck mal auf der Karte, der meint ganz hinten den. Ich muss doch mal gucken, wo ich ping. Ja, weil meine anderen Panzer wurden angegriffen, deshalb wurde da auch die ganze Zeit gepinkt. Oh, mein Motor ist kaputt. Oh, ping, ich komm reparieren. Ah, okay. Dann kannst du vielleicht auch gleich den Punkt da unten reinnehmen. Jupp. Ah, ich denk mal, jetzt ist es eh jetzt vorbei. So, Motorschaden solle behoben sein. Ich danke dir. Cool, mein, einer Panzer hat Stufe 3. Wie hoch geht das? Denen, wo du spielst, nur bis Stufe 3. Oh, schade. Federgahn bis zur fünften Stufe. Da, wir wollen jetzt gleich ein bisschen runter. Also, dass man nicht so weit ist. Jetzt kommt da rein. Stimmt mit bis zu einer Abenteuerung. Ich bin nicht so weit weg. Sie, den soll wegen der Abenteuerung strecken. Das ist ganz knotisch. Ich bin nicht so weit weg. Wir wollen diese Paargruppe genommen. Tag der Abenteuerung. Die Strafe, das ist ja gut. Wir wollen die Abenteuerung. Wir wollen die Abenteuerung. Versteck mich mal hinter deinem Tega, ne Feder? Ja, ja, ich seh das schon. Ey, das geht? Das kann man in Deckung gehen? Ja klar. Nice. Ja, definitiv, das war's, ich hol schon grad den nächsten Panzer an die Front. Da kommt schon der nächste. So, aber wann ist das hier eigentlich mal zu Ende? Wenn du alles komplett zerstörst. Die haben alle nur noch so einen kleinen Balken. Gigi. Ha, ich bin der Beste, lalalalala. Ja. Okay. Okay. Uso wieder. Zwei. Boah, drei Stränge. Pass auf, pass auf. Was hat er gesagt? Er ist der Beste? Komm. Das ist der Beste. Halt her. Du mich.